Sagen von Karl dem Großen und Wittekind Karls erster Sieg Als der mächtige König Karl das Frankenreich regierte, herrschte im Sachsenlande König Wittekind, der Sohn des Warnekind, Herzog in Engern und Westfalen. König Karl war ein eifriger Christ, Wittekind aber hielt noch zäh am alten Heidenglauben fest. Karl ließ ihm durch Boten sagen, er solle seinen Göttern abschwören und sich taufen lassen. Wittekind aber antwortete, schlage mich der Donner, wenn ich das tue. Da machte Karl sich auf, um Wittekind mit Gewalt zu zwingen. Als er ins Sachsenland gekommen war, lagerte er zunächst zur Welplage auf der H. Seine Reiterei war so stark, dass die Rossäpfel drei Fuß hoch den Boden bedeckten. Der Lagerplatz heißt seit der Zeit Karlshaar oder auch Kerlshaar und der Ort, wo die Feldschmiede stand, die alte Schmiede. Wittekind zog ihm entgegen und stritt mit ihm. Aber Karl behauptete das Schlachtfeld, das danach Karlsfeld heißt. Karl verfolgte Wittekind bis an die Hase. Am Schlag vor der Berge, dem jetzigen Klushügel bei Osnabrück, standen sich die Gegner abermals gegenüber. Die Franken waren dadurch im Nachteil, dass ihre Reiterei nicht über die Brücke kommen konnte und am anderen Ufer untätig zuschauen musste. Da ging zufällig ein Ochse durch eine seichte Stelle des Flusses und zeigte den Reitern den Weg. Sogleich setzten diese durch die Furt ans andere Ufer, fielen den Sachsen in den Rücken und entschieden so die Schlacht zugunsten der Franken. Wittekind aber zog sich in eiliger Flucht zurück und verschanzte sich in seiner Burg an der Nette. Weil nun in der Schlacht an der Brücke ein Ochse den Weg zum Siege gezeigt hatte, erhielt die in der Nähe liegende Ansiedlung den Namen Ossenbrücke, Osnabrück. Die Karlssteine Nach der Schlacht durchzog Karl das Land und zerstörte die Opferstätten der Sachsen. Dabei kam er auch in den Hohn zwischen Osnabrück und Wallenhorst. Hier stand ein gewaltiger Opferaltar, eine mächtige Steinplatte, die auf mehreren in die Erde gerammten Felsblöcken ruhte. Karl wollte ihn zerstören, aber die Steine widerstanden dem Eisen wie dem Feuer. Zu gleicher Zeit kam die Kunde, das Wittekind, ein neues Heer sammle. Dies alles machte den König missgestimmt. Schon wollte er von dem fruchtlosen Kampf ablassen, da traten sieben Brüder aus seinem Herr vor ihn und ermahnten ihn, auf Gottes Beistand zu hoffen. Sie errichteten der blutigen Opferstätte gegenüber den ersten christlichen Altar im Lande, knieten nieder und flehten Gott um seine Hilfe an. Karl jedoch hatte alle Hoffnung, die Sachsen bekehren zu können, verloren und sagte, indem er mit einer Reitgärte von Pappelholz auf die Steinplatte des heidnischen Opferaltars schlug, gleich unmöglich ist es, diesen Stein wie die harten Nacken der Sachsen zu brechen. Da krachte der gewaltige Felsblock und barst in drei Stücke. Karl und die Seinen fassten wieder freudigen Mut. Die Steinblöcke aber heißen seitdem die Karlsteine und an der Stelle des ersten christlichen Altars wurde ein Kreuz errichtet, um das man zur Erinnerung an die sieben Brüder sieben Buchen pflanzte. Später vermehrten sich diese auf zehn, sodass der Ort den Namen Tontegenböken erhielt. Jetzt ist das Kreuz von neun Buchen umstanden. Die Überlieferung berichtete auch, dass auf dem erwähnten Altar das erste Messopfer in dieser Gegend dargebracht sei. Eine Inschrift auf dem Kreuz sagt Das bedeutet, an dieser Stelle wurde zur Zeit Karls des Großen, wie von Alters her überliefert ist, die erste Messe in dieser Gegend gefeiert. Die Schlacht auf dem Wittenfeld Wittekind hatte unterdessen ein neues Heer gesammelt. Und wer nur Waffen tragen konnte, war ihm zugeeilt zum letzten Kampfe für die Götter und die Freiheit. Zwischen Enkter und Damme stand das gewaltige Heer, das dem der Franken weit überlegen war. Doch Karl vertraute auf Gott, der ihm durch das Wunder im Hohne ein Zeichen seiner Huld gesandt hatte. In der Fördener Heide stießen die Gegner in erbittertem Kampfe zusammen. Nach hartem Widerstand musste Wittekind das Feld räumen. Flüchtend zog er gegen Ellerbruch. Als man nun mit dem ganzen Tross, mit Weib und Kind, an eine Furt kam und ein ungeheures Gedränge entstand, wollte eine alte Frau nicht mehr weitergehen. Da sie aber nicht den Franken in die Hände fallen wollte, begruben die Sachsen sie lebendig in einem Sandhügel bei Bellmanns Kamp. Dabei riefen sie ihr zu, »Krupp Unna! Krupp Unna! De Welt ist die Gramm!« Nach einer anderen Sage hatte man eine Wahrsagerin lebendig begraben, weil sie Wittekind fälschlich den Sieg vorausgesagt hatte. Dabei soll man gesungen haben, »Krupp Unna! Krupp Unna! De Welt ist die Gramm!« Das Schlachtfeld heißt seit jener Zeit Wittefeld, Wittekindsfeld. Mancher will dort Spuk gesehen haben und oft ziehen Heere mit blitzenden Spießen in lärmendem Zuge darüber hinweg. Die Kirche in Wallenhorst Nach der Schlacht zerstörte Karl den Heidentempel in dem heiligen Heine bei Wallenhorst und baute an seiner Stelle zur Erinnerung an den entscheidenden Sieg eine christliche Kirche. Die erste im Lande. Auf ihren Turm ließ er eine goldene Henne setzen, um anzudeuten, dass sie noch andere Kirchen im Lande ausbrüten solle. Die Kirche mit der Henne auf dem Turm steht heute noch. Wittekindsburgen Wittekind hatte sich nach der verlorenen Schlacht mit seinen Getreuen auf seine Burg zurückgezogen. Im Osnabrücker Lande heißt noch jetzt manch alter Wallrest Wittekindsburg. Eine lag im Gehen an der Borgbecke zwischen Bramsche und Öffeln. Eine andere in Schagen bei Pente. Der Bauer auf Borgmanns Erbe war ihr Vogt. Den Heckerling für Wittekinds Pferde musste der Kötter Strohschneider bereiten. Beschließerinnen waren zwei alte Schwestern, denen Wittekind viel Gutes getan hatte. Auf Möllmanns Hofe lag die Mühle. Er selbst war Burgwart und ganz Schagen war der Burg zinspflichtig. Die dritte Burg lag in Frankensundern bei Engter. Sie hieß auch Rolandburg. Die bedeutendste Burg Wittekinds aber war die im Nettetal bei Rulle. Auch der Schuldenhof in Rüssel bei Ankum soll eine Burg des Sachsenherzoges gewesen sein. Andere sollen auf dem Näheren Berg bei Oesede und in Bockelo bei Meppen gelegen haben. Bei dieser hatte sich, wie die Sage erzählt, ebenfalls eine blutige Schlacht zwischen Karl und Wittekind abgespielt. Drei Tage lang wütete der Kampf. Die Leichen von 6000 Sachsen bedeckten das Schlachtfeld. Unter ihnen war Surbold, der König der Friesen. Am dritten Tage zogen sich die Sachsen in die Wekenburg, Wittekindsburg, zurück, mussten sich aber endlich ergeben. Zur Erinnerung an den schwer errungenen Sieg stiftete Karl die Kirche in Bockelo, die daher als älteste Kirche des Emslandes gelten will. Wittekind soll auch Iburg, Tecklenburg und Ravensburg gegründet haben. Er hatte nämlich drei Töchter, Ida oder Iva, Tecla und Ravena. Und für jede von ihnen baute er als Hochzeitsgabe eine Burg, die den Namen der Schlossherrin erhielt. Die Dietrichsburg bei Melle soll nach dem Grafen Dietrich, einem Urenkel Wittekinds, benannt sein. Dietrich war der Vater der Heil Mathilde, der Gemahlin Heinrichs I., als deren Geburtsort die Dietrichsburg gilt. Wittekinds List und Not Nicht lange hielt sich Wittekind nach der Schlacht auf dem Wittenfelde verborgen. Heimlich verließ er sein Versteck und durcheilte die Lande. Dabei wusste er seine Verfolger schlau zu täuschen. Er legte seinem schnellen, schwarzen Hengste die Hufeisen verkehrt unter. Wenn dann die Spuren ins Land wiesen, war er dahin auf einer seiner Burgen. Führten sie aber bergan, dann durchschritt er die Lande und rief sein Volk zum Widerstand gegen den verhassten Feind auf. Einmal aber wäre er beinahe, trotz aller List, den Feinden in die Hände gefallen. Die beiden Beschließerinnen auf der Burg in Schagen waren nämlich vom Domkapitel in Osnabrück gegen Zusage lebenslänglichen Unterhaltes bestochen worden, ihren Herrn zu verraten. Als nun Wittekind auf dieser Burg weilte, sandten sie eilig Boten zum König Karl, damit er ihn fange. Der treue Burgwart Borgmann aber erfuhr von dem Verrat und warnte Wittekind. Da floh er eiligst davon in Richtung nach Osnabrück. Doch hätten die Franken ihn beinahe gefangen, denn sie hatten im Hohne den Weg durch einen Verhau gesperrt. Wittekind ritt einen schwarzen Hengst, klein, aber schnellfüßig. Zudem sprach er, Hengsten, spring a wer, kriegst ein Spintava. Springst du nicht a wer, fretten die und mir drafen. Da setzte das Pferd wie ein Pfeil über den Verhau hinweg und brachte seinen Herrn in rasendem Lauf heil nach Osnabrück. Vor dem Tor aber stürzte es zu Boden und war tot. Der Löwenpudel in Osnabrück Kaum hatte Wittekind die Stadt betreten, da trat das ganze Volk, das eben noch Karl Treue geschworen hatte, auf seine Seite und vertrieb die fränkische Besatzung. Da tat Karl den furchtbaren Schwur, die Stadt zu züchtigen und das erste lebende Wesen, das ihm aus dem Tore entgegenkomme, mit eigener Hand zu töten. Er zog mit seinem Heere vor die Stadt. Wittekind floh auf seine Burik an der Nette. Die Bürger aber gerieten in Angst und Schrecken vor der Rache des Königs. Da ging Karls Schwester, die in Osnabrück mit einem vornehmen christlichen Sachsen verheiratet war, vor die Stadt, den Bruder um Gnade für die Stadt zu bitten. Als dieser sie von Ferne kommen sah, gedachte er seines Schwures und geriet in großen Entsetzen. Inbrünstig flehte er zum Himmel, dass er ihn aus dieser schrecklichen Lage befreien möge. Und siehe, da sprang der Lieblingshund seiner Schwester, der seine Herrin begleitete, zum König heran und leckte ihm die Hand. Ihn tötete der König sofort und löste so seinen Schwur. Erfreut über den glücklichen Ausgang verziehe er der Stadt. Aus Dankbarkeit ließen die Bürger das Bild des Hundes in Stein hauen und auf dem Domhof aufstellen. Das Volk nennt es den Löwenpudel. Wittekinds Taufe Wittekind war nach all den unglücklichen Kämpfen an dem Glauben seiner Väter irre geworden. Zwiespalt im Herzen saß er grübelnd auf seiner Burg. Karl sandte zu ihm und ließ ihm Verzeihung anbieten, wenn er dem Heidentum abschwöre. Ein Wunder, so erzählte eine zweite Sage von den Karlssteinen, überzeugte den Sachsenfürsten von der Wahrheit des Christentums. Eines Tages traf nämlich Karl auf einem Jagdausfluge mit Wittekind zusammen und Karl suchte seinen Gegner von dem Irrtum der heidnischen Lehre zu überzeugen. Sie waren unterdessen bei den Opfersteinen im Hohne angelangt. Da forderte Wittekind den König auf, einen Beweis für die Macht des Christengottes und die Wahrheit der christlichen Lehre zu geben. Wenn er mit seiner Reitgärte die gewaltige Steinplatte zerschlage, dann wolle er an das Evangelium glauben und sich taufen lassen. Im Vertrauen auf Gottes Beistand schlug Karl auf den Stein und siehe, er zersprang in drei Stücke. Jetzt war Wittekind bereit, den heidnischen Göttern abzuschwören. Bald trafen sich Karl und Wittekind wieder an einer Quelle, am Fuß der Wittekindsburg im Nettetal. Und hier ließ der Sachsenherzog sich taufen. Karl selbst war Taufpate. Die Quelle, die auf einer Wiese der Östringer Mühle entspringt, heißt seitdem Dreifaltigkeitsquelle. Nach einer anderen Sage wurde Wittekind aus dem jetzt noch vorhandenen Taufstein in Belm getauft. Dem Orte gab Wittekind den Namen Bethlehem, um anzudeuten, dass er dort im Geiste wiedergeboren sei, wie Christus zu Bethlehem geboren wurde. Aus dem Wort Bethlehem wurde dann im Laufe der Zeit Belm. Nach der Taufe schenkte Karl dem Sachsenherzog ein weißes Ross und deshalb wandelte Wittekind das schwarze Sachsenross seines Wappens in ein weißes um. Wittekinds Tod Als Wittekind gestorben war, kamen seine treuen Mannen, betrauerten ihn drei Tage lang und legten ihn in einen goldenen Sarg. Dann begruben sie ihn am Roten Berge, bei Wersen und wälzten ungeheure Steinblöcke auf sein Grab. Das Denkmal ist noch vorhanden, weil Wittekind darunter schläft, heißt es. Die Slupsteine. Das Volk aber wollte nicht an den Tod seines Lieblingshelden glauben. Es lässt ihn in seiner Burg im Gehen verzaubert sein. Im Innern dieser Burg sind zwei Höhlen, aber niemand kam hinein, denn zwei große schwarze Hunde bewachen sie und zerreißen jeden, der sich ihnen naht. Nach einer anderen Sage verwünschte sich Wittekind nach der unglücklichen Schlacht auf dem Wittenfelde in den Burgberg bei Rulle. Zuweilen bricht er aus diesem mit seinem Gefolge unter gewaltigem Waffenlärm hervor und die Leute, die die wilde Jagd über sich hinwegziehen hören, sagen, es bedeutete Krieg. Wittekinds Tod Als Wittekind gestorben war, kamen seine treuen Mannen